Es ist so geil, wie viel Wissen, wie viel Impulse, wie viele Freunde da auf einen einprasseln, man sich miteinander vernetzt. Einfach nur großartig. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zur Convention 2014. Und ich wünschte mir, dass wir es schaffen, uns mit unserer Botschaft, mit all dem, was wir da draußen tun, mit aller Wichtigkeit, die wir selber für uns brauchen, aber nicht ganz so wichtig nehmen. Entdecke beim Anderen das Gute, das er vielleicht noch gar nicht gefunden hat. Hilf ihm, das zu entdecken, dass er dank dir besser wird. Wenn Sie Erfolg haben wollen, dann geht es nur noch offline und online. So, do something new with apps, portable technology and social media each day. I am, because you are. Die Big Porns im Leben, die werden nicht durch Müsli und Wuskeln gekauft, die werden im Kopf entschieden. Was willst du aus diesem, ich sag mal, sehr schön, einem Leben, das du hast, machen? So, be brief, be brilliant, and your audience will thank you. Thank you. Thank you. Hier kommen motivierte, interessierte Macher zusammen. Man trifft die Kollegen, man unterhält sich, man kriegt Impulse, man gibt Impulse. Es ist ein ständiger Austausch. Netzwerken, neue Kollegen kämpfen und für mich Inspiration ganz stark. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Der diesjährige Preisträger der GSA Hall of Fame lautet Dr. Eckhard von Hirschhausen. Danke für die Hall of Fame. Wir alle gratulieren Ihnen herzlich zum Deutschen Rednerpreis. Noch besser wäre natürlich gewesen, es wäre jemand dafür ausgezeichnet worden, dass er keine Reden gehalten hat. Selten hat wohl German Speakers Association einen so würdigen internationalen Redner des Jahres ausgezeichnet, wie den Dalai Lama. Eine Freude und eine Ehre für uns alle. Herzliche Gratulation nach der Ramsala. So, thank you very much. Thank you so much, your holiness. And through you, all your members, I would like to thank you. Mein Gefühl sagt mir, dass es eine gute Mischung war aus Emotionalität, Wir-Gefühlen in Anführungsstrichen und Inhalt. Der ganze Tag war heute enorm inspirierend. Ich bin auch überzeugt davon, Sie können als Trainer auch nicht alleine agieren oder als Redner und sollten sich austauschen miteinander. Wir haben viel gelacht, wir haben viel Spaß gehabt. Also, es war heute so gelungen, ich glaube, da können sich andere Veranstaltungen noch eine Scheibe davon abschneiden. Also, wow, wie immer. Dafür, um besser zu werden, ist das hier die richtige Plattform. Ich hab den Abend sehr, sehr, sehr genossen. You need to be a part of this association. It was fantastic. It was einfach fantastisch. Das ist einfach nur großartig. Und die Zeit. Das ist einfach nur großartig. Ich weiß nicht, wie immer. Ich weiß nicht, wie immer. Ich weiß nicht, wie immer. Der Koch пош AIK tuvo. First auf Gott entlang ist alles in 입�み. Bei mir ist alles zur Verfügung. Wobei nicht then dem avere. Es war immer. Was hast Ben retirement.